Sagen aus dem Harz Vom Mönchstal bei Klausthal Das Mönchstal von Klausthal hat seinen Namen vom Bergmönch. Der hat hier seinen Lieblingsaufenthalt gehabt. Es hat auch hier früher sehr reiche Gruben gegeben. Da ist der Bergmönch manchmal in der Grube erschienen, ja wohl gar in die Bucht gekommen, und die Bergleute haben sich so an ihn gewöhnt, dass sie eben keine Furcht mehr vor ihm gehabt haben. Aber manchmal hat er auch seine Launen gehabt. Er hat die Schütten aufgehoben, dass man die Wasserräder nicht hat zum Stehen bringen können, oder hat die Kunst aufgehalten, oder die Bergleute erschreckt durch allerlei abenteuerliche Spielereien, und Neckereien. Dadurch wird er endlich den Bergleuten zur Last, und so haben sie ihn gern los sein wollen. Endlich folgen ihm einmal ein paar Bergleute nach und legen, wie sie so gehen, Kreuze vor sich hin. Da geht der Bergmönch zuletzt in eine Schlucht hinein, welche hinten durch eine nackte Steinwand geschlossen wird. Der Bergmönch sieht sich noch einmal um und sieht ganz zornig aus. Darauf berührt er den Stein. So wie er den Stein angerührt hat, tut der sich auf, und der Bergmönch tritt hinein. Gleich darauf schließt sich die Wand wieder fest zusammen. Seit der Zeit ist der Bergmönch nicht wieder in die Gruben gekommen. Aber diese sind auch alle überschwemmt, und man hat sie auflassen müssen, und bis auf diesen Tag sind die Wasser im Mönchstal nicht zu bewältigen, und keine Grube hat Glück. An der Stelle, wo der Bergmönch in den Fels gegangen ist, auf der nämlichen Felswand, ist das Bild eines Bergmannes zu sehen. Das Nachtwächterhorn und der Dreißigjährige Krieg Als einst auf Klaustal der Nachtwächter zwölf Uhr geblasen hatte, kam er über den Kirchhof. Da begegnete ihm ein kleines Männchen, das von ihm verlangte, dass er nochmals die zwölfte Stunde ankündigen sollte. Der Nachtwächter aber weigerte sich heftig und sagte, »Ich habe bereits die zwölfte Stunde angekündigt, und zweimal darf ich das nicht tun.« Damit ging er seiner Wege. Den anderen Abend kam der Nachtwächter um zwölf abermals auf den Kirchhof. Das kleine Männchen kam abermals zu ihm und forderte erneut ungestüm, dass er noch einmal die zwölfte Stunde ankündigen sollte. Der Nachtwächter jedoch tat es wieder nicht. Den anderen Abend, als der Nachtwächter über den Kirchhof kam, war das kleine Männchen wieder da und forderte von ihm abermals, dass er nochmals die zwölfte Stunde ankündigen sollte. Auch diesmal weigerte sich der Nachtwächter aufs Äußerste. Das Männchen ließ aber nicht locker. Er musste die zwölfte Stunde ankündigen. Und wie er nun losgeblasen hatte, musste er sich umsehen und sah lauter Feuer und Soldaten am Himmel. Hierauf sagte das kleine Männchen zu dem Nachtwächter, Dies ist ein Zeichen, dass bald Krieg entsteht. Hernach war das kleine Männchen verschwunden, mitsamt den Soldaten und dem Feuer. Der Nachtwächter erzählte dies vielen Leuten und diese schützten sich so viel wie möglich vor dem Krieg. Kurz darauf brach der 30-jährige Krieg los. Dieses Männchen soll der Sage nach der Berggeist gewesen sein. Die Grube Silberner Mann In einer Grube ist man beim Absinken auf einen Menschenkopf von gediegenem Silber gekommen. Und wie man weiter absinkt, kommt eine ganze Menschengestalt von lauterem Silber zum Vorschein. Diese stellt den Bergmönch dar, wie er leibt und lebt. Und darum hat niemand es wagen dürfen, dieses Bild zu beschädigen. Und lange, lange Jahre ist diese Grube die ergiebigste auf dem Harz gewesen. Und wegen ihres Wahrzeichens wurde sie der Silberne Mann genannt. Aber einmal lässt sich einer durch Habsucht verleiten, dass er von dem Bilde einen kleinen Finger abschlägt. Da springt aus der Wunde ein gewaltiger Wasserstrahl heraus, das die Menschen kaum haben aus der Grube herauskommen können. Die Grube aber ist ertränkt. Und das bis auf den heutigen Tage. Spuk bei Zellerfeld. Vor Jahren ist beim Zellerfelder Brauhause etwas nicht richtig gewesen. Wenn da jemand des Nachts zwischen elf und zwölf Uhr vorübergegangen ist, so hat sich's ihm hinten auf den Rücken gesetzt. Und der Mensch hat's mit sich schleppen müssen, bis er zu Boden gesunken ist. Nicht jeder, dem das, was auch immer es gewesen ist, begegnete, ist daran gestorben. Aber auf dem Rücken hat er immer die Spur von eingedrückten Händen oder einer Menschenfigur gehabt. Das kommt daher, weil das Brauhaus früher ein Kloster gewesen ist. Und nun üben die Mönche Rache dafür, dass man dies Kloster aufgehoben hat. Auch hat der Nachtwächter in der Gegend manchmal einen Mann ohne Kopf umhergehen sehen. Wenn man dergleichen sieht, muss man still vorübergehen. Sonst findet man den Tod. Bergleute, die auf dem Weg zu ihrer Zeche an dem Brauhause vorübergingen, hatten manchmal des Nachts plötzlich eine schwarze, unabsehbare Mauer vor sich. Sie taten gut daran, direkt umzukehren. Denn auch, wenn sie es in der Regel schaffen würden, die schwarze Mauer durch einen langen Umweg hinter sich zu lassen und zu ihrer Zeche zu gelangen, müssten sie doch am selben Tage ihr Leben lassen. Das wundertätige Marinenbild. Es wird erzählt, dass auf der Harzburg zur Zeit, als sie nicht mehr bewohnt gewesen, ein wundertätiges Marinenbild gestanden habe, das vielen Kranken geholfen hat. Die Leute in Schulenrode und im ganzen Amt Harzburg behaupten, diese Kranken hätten sich mit Wasser benetzt, das unter dem sogenannten Kodobrink hervorquillt und hätten auch davon getrunken. Und davon wären sie gesund geworden. Zuletzt habe man den Gebrauch des Wassers bei den Kranken nicht mehr dulden wollen. Und da hätte man all die Krücken, welche die Kranken an der Quelle zurückgelassen haben, genommen und Bier damit gebraut. Wie aber die Krücken gebrannt hätten, da hätte es einen schrecklichen Krach gegeben und das Bier wäre sauer und noch nicht einmal fürs Vieh zu gebrauchen gewesen. Der Freischütz von Herzberg In Herzberg hat ein Oberfürster gewohnt, der hatte keinen Jägerburschen behalten können, weil sie ihm immer von einem anderen Förster, der Freikugeln hat schießen können, totgeschossen worden sind. Eine ganze Zeit lang hat er darum keinen Burschen gehalten. Einst kam ein Jägerbursche und bot seinen Dienst diesem Oberfürster an. Der aber wollte ihn nicht annehmen und erzählte ihm, wie es ihm noch bei jedem Burschen ergangen wäre. Der Jäger sagte, ach, wenn's weiter nichts wäre, diesen Dingen wolle er schon dem Pflock beistecken. Der Oberfürster nahm also den Burschen an. Den anderen Tag, als er nun ins Holz ging und der Freischütz nach ihm schießen wollte, stellte er seinen Hut zwanzig Schritt von sich auf und fing die Freikugel darin auf, lud sie in sein Gewehr und schoss den Förster tot. Von dieser Zeit an hat der Oberfürster seine Burschen behalten. Der verschüttete Bergmann Ein junger Bergmann, der einst ganz allein im Silbertrumm arbeitete, einer Grube, die nun schon lange verschüttet liegt, hörte viele Warnzeichen des Berggeistes, aber er achtete ihrer nicht. Da prasselte auch schon das Gestein hernieder und verschüttete den Fahrschacht. Da sprach der Bergmann zu sich selbst, oh du Tor, du bist verloren. Ja, freilich, du Tor, sprach da eine Stimme neben ihm. Konntest du nicht hören, solange es Zeit war? Und der sprach, das war der Berggeist. Oh du, bettelte der Bursche, hilf mir heraus aus der Grube, dass ich die Sonne noch einmal sehe. So folge mir. Da gingen sie durch schmale Gänge und Hallen, die funkelten und glänzten, dass die Augen schmerzten. Sie gingen lange, lange, lange und kamen endlich in einen dunklen Gang, an dessen Ende das Tageslicht schimmerte. Froh stieg der Bergmann heraus und ging wieder Richtung zu Hause. Unterwegs traf er zwei Berggesellen, die schlugen ein Kreuz vor ihm und liefen schnell weiter. Beim ersten Hause spielten Kinder. Die folgten ihm in heller Aufregung von nah und fern. Hast du einen langen Bart, rief ein Knabe. Jetzt stand er vor seinem eigenen Hause. Die Mauern waren geborsten, hohes Moos auf dem Schindeldach. Ja, ich bin doch der Gottliebjust, sagte der Bergmann in seiner Angst. Gestern im Silberturm verschüttet. Kennt ihr mich denn nicht? Gottliebjust? Da kennen wir keinen. Der Silberturm, der wird seit Mannes Gedenken nicht mehr befahren. Der Pfarrer muss kommen. Er hört sich die Erzählung an. Im Jahre des Herrn 1532 bin ich eingefahren im Silberturm. Da geht ein Staunen durch die Menge. 1732 schreiben wir jetzt. Der Bergmeister sieht in den alten Schriften nach. Da stand geschrieben, dass 1532 der Silberturm wirklich zu Bruch gegangen und darin ein junger fleißiger Bergbursch namens Gottliebjust elendlich umgekommen war. Aber schon nach wenigen Tagen mussten die Bergleute ihren alten neuen Kameraden auf den Kirchhof betten, wo seine Altersgenossen schon so lange schlummerten. Der Rotbart im Brunnen auf den Burgberge schlummert. Im Burgbrunnen auf der Harzburg fährt es oft mit Kutschen umher und rauscht gewaltig. Einige sagen, als Kaiser Heinrich IV. vor den Sachsen geflohen sei, habe er die Krone in den Burgbrunnen geworfen und die sei da jetzt noch drin. Andere sagen, es sei ein Kaisersarg in dem Brunnen und wieder andere, ein Kaiser sei in diesem Brunnen verwünscht worden. Den Kindern sagen die Mütter, sie sollten nicht zu dem Brunnen gehen, weil Kaiser Rotbart drinne säße. Dass die weiße Jungfrau drinne sei, weiß in Harzburg jedermann. Einstmals ist ein Verbrecher namens Schöppenstedt in den Brunnen heruntergelassen worden, dem das Leben geschenkt werden sollte, wenn er glücklich aus einem Gang wieder heraus käme, der von dem Brunnen ausgehen soll. Als nun Schöppenstedt in den Brunnen ist, kommt er an eine eiserne Tür. Die tut sich auf. Und da steht die weiße Jungfrau vor ihm und sagt, dass es sein Glück sei, dass er nicht aus Abenteuerlust hierher gekommen wäre. Dann führte sie ihn den Gang entlang und schenkte ihm so viel Geld, wie er tragen konnte. Dann sind sie auch in eine Höhle gekommen. Darin hat eine Tafel gestanden und an dieser Tafel saßen die Kaiser. Kaiser Otto, Kaiser Heinrich und der Rotbart. Die haben alle an der Tafel gesessen und Speisen vor sich stehen gehabt und den einem Kaiser, dem ist der Bart durch die Tafel gewachsen und in der Höhle sind große Schätze gewesen. Zumal an Krügen und Kelchen, das hat ausgesehen wie Holz, ist aber Silber und Gold gewesen. Auch viele Pferde haben da herum gestanden, so schön und prächtig, wie man sie sich nur vorstellen kann. Zuletzt ist Schöppenstädt an dem jetzt sogenannten Schöppenstädter Grund wieder herausgekommen. Auf diesem Gang soll auch Kaiser Heinrich IV. zu seinen Lebzeiten heimlich aus der Burg vor den Sachsen entwischt sein. der Abzug des Zwergenvolkes über die Brücke. Die kleinen Höhlen in den Felsen, welche man auf der Südseite des Harzes, besonders in einigen Gegenden der Grafschaft Hohenstein findet und die größtenteils so niedrig sind, dass erwachsene Menschen nur hineinkriechen können, teils aber einen räumigen Aufenthaltsort für größere Gesellschaften darbieten, waren einst von Zwergen bewohnt. Auch heute noch nennt man sie Zwerglöcher. Zwischen Walkenried und Neuhof in der Grafschaft Hohenstein hatten einst die Zwerge zwei Königreiche. Ein Bewohner jener Gegend merkte einmal, dass seine Feldfrüchte alle Nächte beraubt wurden, ohne Täter entdecken konnte. Endlich ging er auf den Rat einer weisen Frau hin, bei Einbrechen der Nacht an seinem Erbsenfelde auf und ab und schlug mit einem dünnen Stabe nah über dem Boden in die Luft. Es dauerte nicht lange. So standen einige Zwerge leibhaftig vor ihm. Er hatte ihnen die unsichtbar machenden Nebelkappen abgeschlagen. Zitternd fielen die Zwerge vor ihm nieder und bekannten, dass ihr Volk es sei, welche die Felder der Landesbewohner beraubte, wozu aber die äußerste Not sie zwänge. Die Nachricht von den eingefangenen Zwergen brachte die ganze Gegend in Bewegung. Das Zwergvolk sandte endlich Abgeordnete und bot Lösungen für sich und die gefangenen Brüder und wollte dann auf immer das Land verlassen. Doch die Art des Abzuges erregte neuen Streit. Die Landeseinwohner wollten die Zwerge nicht mit ihren gesammelten und versteckten Schätzen abziehen lassen und das Zwergvolk wollte bei seinem Abzuge nicht gesehen sein. Endlich kam man dahin überein, dass die Zwerge über eine schmale Brücke bei Neuhof ziehen und dass jeder von ihnen in ein dorthin gestelltes Gefäß einen bestimmten Teil seines Vermögens als Abzugszoll werfen sollte, ohne dass eine der Landesbewohner zugegen wäre. Dies geschah, doch einige Neugierige hatten sich unter die Brücke gesteckt, um den Zug der Zwerge wenigstens zu hören. Es war ihnen, als wenn eine sehr große Herde Schafe über die Brücke ging. Seit dieser letzten großen Auswanderung des Zwergvolkes lassen sich nur selten einzelne Zwerge sehen. Doch zu den Zeiten der Vorväter stahlen zuweil einige in den Berghöhlen zurückgebliebene Zwerge in den Häusern der Landesbewohner kleine, kaum geborene Kinder, die sie mit Wechselbälgern vertauschten. Der verleugnete Bergmann In einer Grube arbeiteten einst zwei Bergleute miteinander, von denen der eine, ein heimtückischer Mensch, seinem ehrlichen und biederen Kameraden seiner Rechtschaffenheit wegen äußerst Gram war und gar manchen Schabernack tat. Beklagte sich der Dietrich, so hieß der Gute Bergmann, darüber und warnte man den boshaften Matz, so hieß der böse Bergmann, so leugnete dieser jedes Mal mit großer Frechheit, dass er der Täter sei, wenngleich auch jeder Mann von seiner Schuld überzeugt war. Eines Tages, als die Glocke die Beendigung der Schicht angekündigt hat, sieht Dietrich, dass sein unredlicher Kamerad ein Stück Silberstufe einsteckt. Mit ernsten Worten hält er ihm seine strafwürdige Tat vor und droht ihn bei Wiederholung derselben dem Schichtmeister anzeigen zu wollen. Der Ertappte wirft einen grimmigen Blick auf den Warnenden, der diesen genugsam sagt, dass er wohl Ursache habe, vor dem Rachsüchtigen auf der Hut sein. Kurze Zeit nachher, als beide eben zu Tage kommen, wendet der heimtückische Mats sich mit den Worten an den Schichtmeister. Herr, jener, auf Dietrich deutend, schändet die Knappschaft. Oft nimmt er ein Stück Silberstufe mit nach Hause. Auch vorhin hat er wieder eins eingesteckt. Der ehrliche Dietrich fällt wie aus den Wolken, da er die Anschuldigung vernimmt, erwidert aber sofort mit ruhigem Tone, trage ich wirklich eine Stufe bei mir? So hast du Bösewicht selbst sie mir heimlich zugesteckt. Der Schichtmeister, dem sowohl die Rechtschaffenheit des Einem, die Bosheit des Anderen genug bekannt waren und der daher auch der Aussage des Dietrich in Bezug auf die Stufe vollkommen Glauben schenkte, forderte dem Matz auf, die Unwahrheit der gegen ihn erhobenen Beschuldigung darzutun. Hohn lachend erwiderte er sogleich, so wenig wie meine Nase von Erz ist, ebenso wenig wahr ist auch, was jene Dieb über mich aussagt. Kaum aber hatte er die Worte gesprochen, so fliegt aus dem Schacht ein Stück Erz heraus und ihm mit solcher Kraft mitten ins Gesicht, dass er taumelnd und laut aufschreiend rücklinks zu Boden stürzt. Als er sich wieder aufrichtet, schauen ihn alle mit Verwunderung und jubelndem Gelächter an, denn er hat plötzlich eine sechs Zoll lange Nase von Erz. Somit war seine Lüge offenbar und die Unschuld des Angeklagten erwiesen. An allen Gliedern bebend gestand er auch sofort seinem Betrug und musste zur Strafe ins Gefängnis wandern. Solange er lebte, behielt er seine Erznase. Er Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020